Warum ich mitten in der Lutherkirche auf einer Matte im Gang knierend liege, das möchte ich Ihnen heute in meiner kleinen Videoandacht erzählen. Ich habe mir in der letzten Zeit ein bisschen Gedanken gemacht über Körperlichkeit und Bewegungen im Gottesdienst, aber auch generell im Gebet. Klar ist es gut und angenehm, einfach mal sitzen zu können. Einfach mal nach einer stressigen Woche im Gottesdienst zur Ruhe zu kommen, zu sitzen, zuzuhören, zu beten. Aber ich glaube, unser Körper mag manchmal ein bisschen Bewegung und Veränderung. Ich träume manchmal von einer Kirche, in der wir so richtig tanzen. Tanzen vor Freude, über die gute Botschaft des Evangeliums. In der jeder und jede die Musik, die wir hören und die Lieder, die wir singen, richtig wahrnehmen können. Auch mit dem Körper. Denn ich merke immer, wenn ich schöne Lieder singe, die mir selbst gefallen, da kann ich nicht stillhalten. Und meine Schultern bewegen sich ein bisschen und mein Fuß unter dem Talar, der wippt immer auf und ab. Vielleicht probiere ich es wirklich einfach demnächst mal aus, aufzustehen und mich einfach im Rhythmus der Musik zu bewegen. Denn dieser Impuls ist manchmal bei mir. Ist er vielleicht auch bei Ihnen? Ich würde mich freuen, ins Gespräch zu kommen. Und wenn Sie wollen, können Sie auch in die Kommentare schreiben, was Ihnen manchmal an Bewegung in der Kirche fehlt. Ich finde es gut, wenn der Körper sich ab und zu mal mehr bewegt. Denn wir können den Geist nicht von unserem Körper trennen. Der Körper, das ist unser Resonanzraum. Unser Resonanzkörper, mit dem wir auf das, was wir hören und was wir denken, auch antworten und reagieren. Wir lassen das, was wir auch in unserem Körper schwingen. Deswegen ist es immer gut, locker zu sein. Nicht verkrampft, nicht versteift. Sie merken schon, mir ist Ganzheitlichkeit ein wichtiger Begriff. Nicht nur der Kopf soll etwas vom Gottesdienst haben, sondern auch der Körper. Im Abendmahl ist das Ganze zu spüren. In allen Sinnen erfahren wir da einfach Jesus Christus in unserer Gemeinschaft. Wir glauben an ihn, wir erinnern uns an ihn. Und wir schmecken das Brot, wir schmecken den Wein. Wir gehen aufeinander zu in dieser Gemeinschaft. Wir strecken die Hand nach Brot aus. Unser Körper ist ein Teil Gottes wunderbarer Schöpfung. Unser Körper so anzunehmen, wie er ist, mit allen Rundungen und allen Narben, mit allen Macken und Komplikationen, die oftmals auftreten. Das ist eine lebenslange Aufgabe, die mal besser, mal schlechter funktioniert. Um unseren Körper im Gebet vielleicht nochmal mehr zu spüren, lade ich Sie jetzt ein, mit mir ein Körpergebet zu beten. Gott, hier ist mein Gebet. Du bist bei mir, in meinem Herzen, dafür danke ich dir. Ich lobe und preise dich und bin gewiss, dass du mich siehst, auch wenn ich dich selbst manchmal nicht sehe. Du bist bei mir. Für all das Gute, das du mir gibst. Für all die Menschen, die du an meine Seite stellst. Danke ich dir von Herzen. Nimm mein Gebet an. Mach mich frei von allem, was mich quält und davon hindert, mich selbst so zu lieben, wie du mich liebst. Amen. Danke, Papa. Danke, Papa. Danke, Papa. Danke, Mama. Danke, Mama.